Hallo liebe Leute, herzlich willkommen und zwar ich habe eine kurze Ankündigung. Ich habe bereits gesagt, dass ich die nächsten Tage ein Gewinnspiel machen werde und ich mache jetzt spontan ein Gewinnspiel, um einfach mal zu schauen, wie viele User aktiv sind, wer wirklich täglich bzw. wirklich eine gute Fanbase ist. Aus diesem Grund verlose ich viermal Kopfhörer zum Training von Mielek, Mielektronic besser gesagt. Schaut auf meiner Facebook-Fanpage danielgildner.com-facebook. Hier unten auch nochmal der Link. Dazu musst du nur eine Frage beantworten in die Kommentare und zwar, wie heißt mein neues Muska-Aufprogramm, was zukünftig erscheinen wird. Das Ganze in die Kommentare, den Beitrag liken und teilen und dann unter allen Teilnehmern, die das Ganze richtig beantwortet haben, liked und geteilt haben, verlose ich diese vier Kopfhörer im Wert von jeweils 80 Euro. Ja, also wirklich haben wirklich einen sehr, sehr guten Warenwert. Verlose ich morgen spontan, weil ich gerade dementsprechend noch immer im Umzug Stress bin, muss ich das ganz spontan machen. Also, like das, teilt Kommentare und wir sehen uns. Stay natural, like me, wir sehen uns.